Herzlich Willkommen Leute zu Jurassic World The Game und erstmal alle hier frohe, frohe Weihnachten. Ja, zu Weihnachten muss ich ja auch auf jeden Fall hier eine dicke Ebenfolge noch hochladen. War ja bisher die letzten Jahre immer auch der Fall, also fast schon obligatorisch. Problem ist nur, bis auf irgendwie Designänderungen, alles, ja, gibt's hier eigentlich jetzt nicht viel zu tun. Also ich wüsste jetzt nicht, was hier eventmäßig The Game leider bietet. Das ist ja die Sache, wieso ich ja in bereits, äh, bereits, äh, hier, Alive gemeinte, Alive bietet momentan mehr. Das ist einfacher. Ich habe echt absolut keinen Plan, was ich tun soll. Ja, nicht wirklich. Wir lassen uns mal überraschen. Ich hoffe, ihr werdet aber heute euch genauso überraschen lassen von den Geschenken und, äh, schön feiern. Ja, Antragshophälter haben wir. Wir können ja einfach mal ein bisschen die Events durchschauen, würde ich sagen, weil... Meistens komme ich ja irgendwie zum Labern, obwohl mir heute nicht wirklich was einfällt. Oh, die Bilder sind echt schön. Also irgendwie neu, ne, und... Sieht ganz cool aus. Was ist denn jetzt hier? Das sind... Keine K.O. innerhalb des Teams. Okay, das ist, ähm, nicht einfach. Ja, man hört das Fenster hinten ein bisschen rumklabbern. Mir ist hier gerade ein bisschen warm, obwohl es draußen nicht gerade warm ist. Deswegen habe ich es offen, aber da es windig ist, könnte man es vielleicht mehrfach hören, dass es so zuhaut. Und ich nehme jetzt einfach mal so ungefähr die stärksten mit, die ich habe. Ja. Weil... Man weiß ja nie, also kein K.O. innerhalb des Teams ist immer ekelhaft. Aber ich glaube, mit den Gegnern sollte es dann eigentlich schon recht einfach sein. Wir one-hitten ja ungefähr alles. Ja. Ja gut, so ist es dann auch nicht wirklich eine Herausforderung. Habe ich mir dann doch ein bisschen zu einfach gemacht. Ich dachte irgendwie... Weiß auch nicht. Es wird schwerer, aber ich bin ja auch ein Idiot. Ich wollte ja alles mit dem Metaforgen. Ich habe gar nicht wirklich auf die Level geachtet, wenn ich ehrlich sein darf. Wieder Retail von mir gewesen. Ich bin auch schon ein bisschen müde, weil es ist relativ spät. Bei mir und... Ja. Wir kriegen jetzt das Silberbelohnung-Paket. Erhält einfach eine Silberne, also seltene Kreatur. Okay. Ja, sonst... Irgendwie zu Weihnachten hat Lüder nicht wirklich was rausgehauen. Das finde ich irgendwie schade. Also in Alive schon, aber in the Game... ...gab es nicht wirklich was, ne? Also... Man hat halt hier... ...preissägen mit weihnachtlichen... ...weihnachtlichen Umrandungen. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwie die Quote erhöht oder so. Ich habe jetzt nichts in den News irgendwie gelesen. Schau für neue Winterfestation täglich auf dem Markt vorbei. Ja, das habe ich schon gesehen. Da gab es noch irgendwie so drei Geschenke. Letztes Mal hatten wir ja gedacht, ja, die Titanobohr gibt es. Das war ja letztes Jahr so. Aber momentan... ...eines pro Spieler. Ich weiß auch nicht. ...leider nicht so nice. Wäre natürlich cool gewesen, hätte man irgendwie einen Dominus bekommen, aber... ...hätte man einen Dominus bekommen. Vielleicht hat man auch einen bekommen und ich habe es halt verpasst. Könnt ihr mir ja alles schreiben. Ähm... Machen wir mal kleine Krieger. Können wir uns das spannen? Ja, es ist ein bisschen schwer. Schaut mal. Das ist jetzt bronzener, silberner und legendärer. Können wir uns das irgendwie spannend machen? Na, können wir da... Nun, da könnten wir mal mitnehmen. Quetzal, Goatlus. Zack. Und dann am Ende... Ich wollte den Pryonusurus noch mitnehmen. So. Schauen wir mal. Ja, ich habe auch nicht wirklich ein... ...leider Thema gerade, das ich ansprechen kann. Ich weiß auch nicht, also... Ich kann nur sagen halt, oder danken wiederum, dass es jetzt schon drei Jahre sind, in denen hier alles so rund läuft, so ungefähr. Und ich kann auch nur bei denen sagen, ihr seid einfach eine Hammer-Community. Weil ich kann im Endeffekt das hochladen, auf was ich Bock habe. Und es wird geschaut. Das finde ich einfach cool. Wenn Leute dann sozusagen... ...mitfiebern... ...was auch selber interessiert. Ich habe jetzt ja letztens mal zweimal einen Smash-Boss-Stream gemacht. Haben wir auch... ...überraschenderweise gar nicht mal so wenige mitgeschaut, fand ich. Also klar, 20 bis 60 Leute ist jetzt nicht der Hammer, aber für mich schon irgendwie. Muss ich sagen, das fand ich schon krass, dafür, dass es ein Spiel war, wo ich mir denken kann, das interessiert nicht viele. Und es ist cool, dass trotzdem immer ein paar Leute dabei waren. Naja. Ja, finde ich einfach nur cool, dass halt sowas so einfach funktioniert. Ich kann ja nur wie immer wieder kritisieren oder halt eben rumnörgeln. Wenn man jetzt mal bei anderen YouTubern schaut, ist ja oftmals so, dass sie sich irgendwie anpassen müssen damit, wie geschaut wird. Und ich bin ja mit dem sozusagen hier auf die Größe sozusagen gekommen, mit dem, was mir Spaß macht. Das ist halt krass. Und das dank diesem Spiel hier. Das Spiel war damals der Anfang. Wahnsinn, ne? Mir fällt auch ein, ich sollte mal gucken, wie viele Monolopho-S-CNS ich habe. Aber ich glaube, die reicht mir noch nicht aus. Jetzt müssen wir mal die Mono-Stegotops haben. Das kann dauern. Ich muss mal schauen, wann das letzte Video war. Dass ich das vergleichen kann, wie viel ich für Indoraptor brauche und wie viel ich für einen Mono-Stegotops brauche. Für Indoraptor war es immer so drei Monate, glaube ich. Ich war mir gar nicht sicher. Ich mache halt so ungefähr jeden zweiten Tag immer diese Missionen. Dann klappt es auch meistens. Wir haben noch ein Teil Moxes am Ende mit, damit es ein bisschen interessanter ist und ich jetzt den überkrassen Pflanzenfresser. Schauen wir mal. Wird er swappen oder nicht? Ich meine, er hat ja nicht wirklich eine Amphibie, ja? Ja gut, aber er will trotzdem nicht sofort zerstört werden. Wir haben keinen Pflugstaure dabei. Von dem her ist es eigentlich relativ egal, dass wir sozusagen den Pflanzwasser von dem jetzt hier verschont lassen. Er hat ja keine Punkte mehr, ne? Das heißt, zack. Ja, es ist einfach hin und her. Jetzt wird er uns töten. Wenn überhaupt dazu kommt. Ne, er hat zu wenig Punkte. Krass. Der Proterogyrinus hier, der habe ich jetzt mitgenommen und scheint hier ein bisschen zu stark dabei zu sein eigentlich. Ja. Ist ja natürlich ein Limitierter da. Hätte ich auch weglassen können. Irgendwie ist die Musik viel lauter als die... Nicht die Musik viel lauter als die Geräusche hier von den Viechern. Komisch. Das ist wie nur Raptor ein neues Bild. Das sah alles schon immer so bescheuert aus. Und ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe wirklich... The Game nicht so viel Zeit in letzter Zeit halt gesteckt. Ich mache immer nur so ein paar SDNS-Missionen und... Achte dann nicht auf sowas. Ist mir nie aufgefallen tatsächlich. Gegen Colasaurus. Was machen wir da? Machen wir es mal so. Dann ist er tendenziell eigentlich stärker, aber wir haben halt den Klassenvorteil sozusagen. Okay, wechselt. Oh Gott, jetzt hat es aber hier ordentlich zugeschäppert. Wir saven einfach. Scheiß drauf. Soll eher viel Punkte einsetzen. Das ist mir jetzt lieber. Okay. Dann müssen wir jetzt halt mit einem mehr setzen. Na gut, ist gar nicht so schlimm. Oh, habt ihr es gehört? Den Soundfehler gerade? PC, alles okay bei dir? Ist auch was Neues her. Na schon. Nee. Zu Weihnachten dieses Jahr habe ich mir nicht viel wirklich gewünscht. Habe eher was für Familie gekauft. Habe mir einfach nur so einen Controller gewünscht. Und das war es eigentlich groß. Habe mir gedacht, dieses Jahr muss nicht so viel bei mir sein. Schau lieber, dass meine Geschwister ein bisschen mehr abbekommen, so ungefähr. Oh, da haben wir. Ich habe echt Angst, dass es das Spiel abstützt. Irgendwie kommt es mir gerade ein bisschen Rückblick vor. Die mir Trudon. Ich bin gerade überlegen, ob wir noch eine Gyrosphere-Tour machen. Das würde sich doch anbieten. Machen wir noch eine weihnachtliche Gyrosphere-Tour, würde ich sagen. Mit VIP-Preisen. Schauen wir mal. Ich will jetzt für den Indominus gehen, aber... ...eine starke Amphibie dabei zu haben, ist mir sicher auch nicht schlecht. Weil es mehr Fleischwasser gibt als Amphibien. Vor allem, jetzt können wir den starken Indominus mitnehmen. Schaut euch das mal an. Wer würde da nicht den Indominus mitnehmen? Das war also eine gute Wahl. Ich würde jetzt einen Pflanzenfresser mitnehmen. Wir brauchen mal einen guten Flugsrauer. Ja, ja, ja. Ja. Wir brauchen noch einen Fleischfresser. Ach du Kacke, wir haben keinen guten Flugsrauer dabei. Also den Tapichalo nehme ich safe nicht mit. Oder soll ich... Nehmen wir lieber noch einen Pflanzenfresser mit. Boah, das kann interessant werden. Wie spielen wir das jetzt? Wie spielen wir das jetzt am besten aus? Erstmal wirklich einen nach dem anderen sterben lassen? Stärksten aufheben oder die Stärksten anfangen zu einsetzen? Eigentlich die Stärksten aufheben. Alter Schwede, was ist denn das hier direkt? Das ist ja... Das ist ja jetzt erstmal die komplette Zerstörung. Okay, wir müssen viel mit Verteidigung arbeiten. Okay, okay, okay. Meint ihr, er wird angreifen? Ich sag ja. Hoffen wir mal. Komm, greif an. Greif sofort an. Sonst machen die das immer. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wechseln soll. Komm, jetzt greif aber an, bitte. Okay, das ist schon mal gut, dass er den auf Verteidigung gesetzt hat. Das ist ja safe. Er macht nichts. Komm, greif an. Bitte. Greif an. Als ob er nicht angreift. Jetzt verarsch mich nicht. Komm, hab nochmal viele Verteidigung. Kurz hat er mal was gesaved. Okay, jetzt greift er komplett an. Jetzt sind wir im Spiel, Leute. Jetzt sind wir im Spiel. Mal ein bisschen was getankt. Das ist okay. Er wird danach swappen. Das sag ich euch. Weil wir dann gegen den Flugsauber hier eingematcht sind. Jetzt swappen und wahrscheinlich mit drei angreifen, oder? Nicht einmal. Nicht einmal. Interessanterweise. Soll ich Risiko... Nein, ich gehe nicht Risiko. Ich hätte Risiko gehen sollen. Ich hätte Risiko gehen sollen. Er hat so viel gesaved. Wahnsinn. Er greift komplett an. Okay. Ach du Schande. Jetzt haben wir so viel getankt hier mit unserem Anke Ludogus. Wie viele Punkte brauche ich mehr, damit ich ihn tot habe? Ich glaube zwei. Natürlich die Kacke jetzt. Wenn er angreift, kriegen wir leider Schaden. Ja, und ich brauche zwei mehr. Als die kompletten vier. Und er greift an. Scheiße, Mann. Okay, wir haben... Unser Anke Ludogus hat richtig gefressen. Okay, jetzt müssen wir überlegen, was hätten wir besser machen können. Ja, was hätten wir besser machen können. Jetzt am Ende hätten wir auf Verteidigung gehen können. Einmal für Risiko. Dann hätte er uns nicht so viel Schaden wahrscheinlich gemacht. Ja, da gab es schon... Das war jetzt mal Verbesserungsmöglichkeit. Ah, was machen wir jetzt? Sollen wir mit dem Anke Ludogus noch mal reingehen? Das ist die Frage. Wir sind ja fast One-Hit. Das ist echt ungünstig eigentlich, aber... Ich würde fast ihn noch mal nehmen. Schauen wir mal. Ich will den Indominus sehr gern noch behalten. Ich hoffe, dass der jetzt nicht allzu viel Schaden bekommen wird. Okay, er wechselt nicht. Er greift komplett an. Okay. Er denkt sich einfach nur, ja, der hat viel Leben. Okay, dann töten wir ihn dafür. Dann haben wir den Flugsaurer schon mal weg. Obwohl es uns jetzt nicht allzu viel bringt. Er wird nur mit einem Punkt angreifen. Ja. Haben wir leider schon einen weg. Nein, was? Er savet. Was? Nein, jetzt kriegen wir so viel Schaden. Nein. Nein. Bitte nicht. Bitte greif dich an. Bitte. Oh Gott, er greift nur mit an. Okay, das ist... Das ist tatsächlich okay, aber trotzdem unnötigen Schaden gefressen. Eieiei, das ist... Oh, das war jetzt am Ende unnötig. Ich hätte ihn gern lieber... Jetzt lass mich in Ruhe hier, Code, irgendwas. All die Level sind halt schon wieder insane. Schaut euch das an. Wahnsinn. Immerhin haben wir gute Sauber zum Einsetzen dafür. Wird er wechseln, ist die Frage. Das letzte Mal hat er es nicht gemacht. Jetzt macht er es wieder nicht. Aber er greift nicht an. Er greift nicht an, wenn wir schon live sind. Das ist interessant. Macht er es jetzt wieder nicht, oder? Jetzt komm, jetzt greifst du aber an, oder? Komm schon. Einen Punkt. Einen Punkt hat er noch. Der Dominos kann ihn one-hitten. Das ist gut. Was? Er zwei... Oh mein Gott. Ich hab nicht aufgepasst. Ich hab nicht richtig aufgepasst. Ach du Schande. Ach du Schande. Ja, absolut verspielt. Also, das... Man muss so safe spielen und... Hier war am Ende der... Der... Das war das Missplay hier. Absolutes Missplay. Krass. Das könnte uns hier sehr, sehr leicht... Den kompletten Sieg kosten, weil der Indominus Rex ist so wichtig für uns. War es der safe noch einen Punkt? Oder bin ich gerade blöd? Ja, safe. Ja, da ist er nämlich weg. Wir haben den Indominus Rex schon verloren. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ach, Mann. Nicht gut gespielt von mir. Hätte ich... Hätte ich mehr aufpassen müssen. Das wird uns wahrscheinlich den Sieg jetzt kosten. Was soll denn das jetzt? Also, so krasse Fichte hab ich jetzt auch nicht. Wie soll ich denn dagegen spielen? Ich hab... Heilige Kacke. Zwei Amphibien. Ja, er wird sofort zum Flugsdauer gehen. Ich bin weg. Nein, ich hab mal. Er safet auch. Er leckt mich. Okay, interessante Taktik von ihm. Jetzt geht er auf Verteidigung. Okay. Wie sieht's aus? Greifst du mich nochmal an? Das fühlt sich immer so schlecht an, wenn man auf Verteidigung setzt und der Gegner nichts macht. Jetzt aber. Jetzt greifst du richtig krass an. Komm schon. Greif richtig an. Komm. Jawohl. Ist gut. Einen Punkt hat er noch. Ja, ich geh an mit allen auf Verteidigung. Der spielt bisher so aggressiv dagegen. Also, wir kommen hier mit dem Computer. Also, ich glaub, dass er jetzt hier richtig reinbüllert. Macht er auch. Einen Punkt hat er noch. Können wir mit drei Punkten töten. Tatsächlich. Ah, er safet. Jetzt kriegt unser Osterpo so viel Schaden. Der ist auch so ein wichtiges Mitglied. Das ist mein Fehler, den ich hier mach. Gerade. Ich setz meine Stärksten immer am Anfang ein. Und die verliere ich jetzt alle. Das ist mein Fehler. Die werde ich jetzt im letzten Kampf brauchen. Werden drei Punkte reichen? Ne, werden sie nicht. Wird der einen auf Verteidigung haben? Okay, ja, dann nicht. Ist okay dann. Ah, das ist jetzt gerade mein Fehler. Ich hab jetzt meine stärksten Tiere verbraucht. Ich hab, glaub ich, nur noch zwei, oder? Also, war nicht gut gespielt. Ne. Absolut nicht. Ich hätte jetzt die stärksten gebraucht. Ja, schade. Ähm. Dann schauen wir uns trotzdem mal kurz an, wie das jetzt ausgegangen wäre. Unser Indominus war höher. Außer der Osterpo so hoch. Schaut euch das mal an. Der letzte Kampf, der ist so heftig. Der geht davon aus, dass du wirklich die stärksten dabei hast. Die musst du dabei haben. Du musst so krass passiv spielen und hoffen, dass der irgendwann dich so stark angreift. Und, ach Gott, ihr wisst schon, was ich meine. Das ist... Ah, ich mag dieses System nicht so. So, dass der letzte Kampf so heftig ist. Eigentlich könntest du gleich den letzten Kampf... Nur den letzten Kampf reinhauen. Und du dürftest dir nur drei Kreaturen aussuchen. Und der ist auch schon krass. Sozusagen krass. Ja. Schade, dass wir das jetzt... Also, das hab ich... Äh... Da hab ich den Fehler gemacht, dass ich den Indominus Rex sehr, sehr früh sehr doof eingesetzt hab. Schauen wir mal, wie weit wir es noch schaffen mit dem Soprano Titan. Aber, ja. Sobald er jetzt hier auf dem Osterpool sitzt, äh, haben wir schlechte Karten. Ja gut, er spielt sehr, sehr aggressiv. Äh, verständlicherweise. Ja, wird er jetzt wieder swap? Nein. Viel zu viel Leben. Was soll ich tun? Ach Gott. Das geht ja nicht einmal auf Angriff. Na, wie sieht's aus? Greifst du an? Ja, okay. Er greift an. Aber es bringt doch nix, weil... Wir haben einfach zu wenig Angriff. Wir können ihn nicht töten. Ach, komm. Aber geh bitte auf Verteidigung. Okay. Komm, greif uns volle Bulle an. Das nervt. Das nervt. Ai, ai, ai. Ja, okay. Jetzt greift mir drei Punkten an. Komm. Okay, er greift komplett an. Wir sind schon mega lit jetzt. Oh, man. Reichen jetzt sechs Punkte. Okay. Fünf Punkte reichen. So, jetzt sind wir beim Soprano Titan. Und, ja, er wird ein Punkt einsetzen. Vielleicht sogar zwei. Und den Rest wahrscheinlich saven. Sobald der Gegner anfängt, äh, so zu saven hier. Die Punkte sich zu ersparen, dann... Also aufzeben. Dann, sobald das passiert oder eintritt halt, ist es bei mir RIP. Davor habe ich hier noch einigermaßen Karten, aber... Ja, ich habe halt das Problem, dass ich jetzt gegen zwei kämpfen darf. Ich muss einmal Schaden fressen und dann ist es für mich vorbei. Er hat alles eingesetzt. Ja, super. Schaut euch mal an, wie viele Punkte wir setzen müssen. Wir müssen fünf Punkte... Äh, vier Punkte setzen. Mit drei Punkten wäre es vielleicht... Na, da wäre es nicht knapp gewesen. Hätte er uns auch so getötet. Ja. Zwei Punkte hätten ihm nämlich gereicht, um uns zu töten. Schade. Das seht ihr. Mit Dominos wäre es jetzt besser gewesen am Ende. Da hätten wir es vielleicht sogar... Also hätten wir es wahrscheinlich geschafft. Das war mein Fail. Mittig im Spiel habe ich da... Habe ich es versaut. Gut. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Mit zu fiebern und... Ja, man sieht schon diese... Sehr, sehr passive Spielweise braucht man hier. Finde ich sehr, sehr passive. Und ich mache jetzt kein Code 19, Mann. Das ist jetzt eher der Count und zu Weihnachten für euch vielleicht. Wer weiß. Ich hoffe, euch hat es gefallen, Leute. Frohes, Frohes Fest. Äh, ich werde vielleicht über die Weihnachts-Zwei-Tage kein Video machen. Ich hoffe, euch reichen diese drei Videos. Der Stegosaurus hier tiltet rum. Ja. Bis zum nächsten Mal. So, ich danke, Marcel. Frohe Weihnachten. Ciao.